Und hier mal ein kleines Infovideo zu meiner neuen Ausrüstung. Ich habe ein neues Mikrofon. Vielleicht hört man das schon, vielleicht aber auch noch nicht. Es ist das Rode NT-USB. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Rode NT-USB. So ist es richtig. Ja, und jetzt hört ihr die Unterschiede mal. Ich werde die jetzt einfach mal abspielen. Hallo, altes Mikrofon, Razer, Tiamant, Headset-Mikrofon. Völlig unbearbeitet. Ohne Rauschentfernung, Kompressor, Equalizer, etc. pp. Das Rode NT-USB-Mikrofon. Ohne Bearbeitung, ohne Rauschentfernung, ohne Equalizer, ohne Kompressor. Und hier die bearbeitete Version mit Rauschentfernung, Kompressor, Equalizer und ja, trotzdem noch das alte Mikrofon. Ihr merkt keinen Unterschied? Ich auch nicht. Und hier jetzt die bearbeitete Spur von dem Rode NT-USB mit Equalizer, Rauschentfernung und Kompressor. Ja, das war mal der kleine Test. Ich hoffe, es gefällt euch so, wie es bisher ist mit dem neuen Mikrofon. Und ja, ich freue mich riesig, denn endlich ein neues, anständiges Mikrofon. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei den neuen produzierten Videos, die jetzt mit dem Mikrofon aufgenommen werden. Ich werde das auch vor dem Part nochmal sagen, dann explizit sagen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich finde das Mikro super. Und ja, ein Link zum Mikrofon ist in der Beschreibung. Gut, ja. Bom. Jetzt werde ich auch nicht mehr das Problem haben, dass ich da dauernd gegenknalle. Und das freut mich sehr. Also, viel Spaß.